Peter Fitz war ein herausragender deutscher Schauspieler, dessen Leben von Höhen und Tiefen geprägt war. In diesem Video werden wir einen Einblick in sein tragisches Leben und seinen bedeutenden Beitrag zur deutschen Filmindustrie werfen. Peter Fitz wurde am 8. August 1931 in Kaiserslautern in Deutschland geboren. Seine frühen Jahre waren von einer starken Leidenschaft für die Schauspielerei geprägt. Schon in seiner Jugend zeigte er großes Interesse an der darstellenden Kunst und träumte davon, eines Tages auf den Bühnen und Leinwänden dieser Welt zu stehen. Seine Reise in die Welt der Schauspielerei begann in den 50er Jahren, als er sich auf den deutschen Theaterbühnen einen Namen machte. Peter Fitz wurde schnell als aufstrebendes Talent in der Theaterwelt erkannt und erhielt Gelegenheiten, sein schauspielerisches Können vor einem breiteren Publikum zu präsentieren. Sein Karrierebeginn war von harter Arbeit und Engagement geprägt. Er absolvierte eine Schauspielausbildung, in der er seine Fähigkeiten weiter verfeinerte und sein Handwerk perfektionierte. Dabei eignete er sich die notwendigen Fertigkeiten an, um in der wettbewerbsintensiven Welt der Schauspielerei zu bestehen. Es war in dieser frühen Phase seiner Karriere, dass Peter Fitz seine Leidenschaft und sein Talent für die Schauspielerei mit unermüdlichem Einsatz kombinierte, um seine Träume zu verwirklichen. Seine Entschlossenheit führte ihn auf einen Weg des Erfolgs, der letztendlich zu seiner ersten bedeutenden Filmrolle und seinem Durchbruch in der Filmindustrie führte. Die Anfänge seiner Karriere legten den Grundstein für das, was noch kommen sollte und markierten den Beginn einer beeindruckenden schauspielerischen Reise, die das deutsche Kino und Theater nachhaltig beeinflusste. Der Durchbruch von Peter Fitz in der Filmbranche war ein entscheidender Moment in seiner Karriere und trug maßgeblich dazu bei, seinen Namen in der deutschen Filmwelt zu etablieren. Dieser Durchbruch erfolgte im Jahr 1959, als Peter Fitz die Rolle seines Lebens in dem Film Die Brücke erhielt. Die Brücke war ein bahnbrechendes Werk der deutschen Filmgeschichte und erzählte die Geschichte einer Gruppe von deutschen Jugendlichen, die am Ende des Zweiten Weltkriegs eine Brücke verteidigen müssen. Der Film wurde von Regisseur Bernhard Wicke inszeniert und basierte auf dem gleichnamigen Roman von Manfred Gregor. Die Rolle, die Peter Fitz in Die Brücke spielte, war die eines Lehrers, der die jungen Protagonisten in den Wirren des Krieges begleitet. Seine schauspielerische Leistung war herausragend und berührte das Publikum auf emotionaler Ebene. Der Film wurde international gefeiert und erhielt mehrere Auszeichnungen, darunter eine Oscar-Nominierung in der Kategorie bester fremdsprachiger Film. Der Erfolg von Die Brücke verhalf nicht nur dem Film selbst, sondern auch Peter Fitz zu großer Anerkennung. Seine schauspielerische Brillanz und sein Talent, komplexe Charaktere glaubhaft darzustellen, wurden von Kritikern und Zuschauern gleichermaßen gelobt. Dieser Durchbruch ebnete den Weg für Peter Fitz in der deutschen Filmindustrie Fuß zu fassen und sich als einer der angesehensten Schauspieler seiner Generation zu etablieren. Seine Rolle in Die Brücke wurde zu einem Meilenstein in seiner Karriere und ist noch heute ein unvergessliches Kapitel in der Geschichte des deutschen Kinos. Abseits der glänzenden Scheinwerfer und des Rampenlichts hatte Peter Fitz auch mit persönlichen Tragödien zu kämpfen. Sein persönliches Leben war von Höhen und Tiefen geprägt, die sein schauspielerisches Talent und seinen Erfolg im Filmgeschäft in den Schatten stellten. Eine der tragischsten Episoden in Peters Lebensgeschichte war der Verlust geliebter Menschen. Der Tod von Familienmitgliedern und engen Freunden hinterließ tiefe Narben in seiner Seele. Diese Verluste beeinflussten nicht nur sein persönliches Leben, sondern fanden auch in seiner schauspielerischen Arbeit Ausdruck. Peter Fitz war bekannt für die Intensität seiner Darstellungen und viele sahen darin den Schmerz und die Trauer, die er in seinem persönlichen Leben erlebt hatte. Darüber hinaus kämpfte Peter Fitz in seinem Leben mit persönlichen Herausforderungen. Der Druck und die Erwartungen, die mit dem Leben in der Öffentlichkeit und der Schauspielerei einhergehen, brachten ihre eigenen Belastungen mit sich. Fitz musste sich mit den Herausforderungen des Ruhms und des ständigen Scheinwerferlichts auseinandersetzen, was zu einer zusätzlichen Belastung für sein persönliches Wohlbefinden führte. Diese Tragödien und persönlichen Herausforderungen machten Peter Fitz zu einem zutiefst menschlichen Schauspieler, der seine Rollen mit außergewöhnlicher Tiefe und Authentizität gestaltete. Sie verliehen seiner schauspielerischen Arbeit eine emotionale Intensität, die sein Publikum tief berührte. Trotz aller Schwierigkeiten und Tragödien in seinem persönlichen Leben blieb Peter Fitz der Schauspielerei und seiner Leidenschaft für die Kunst treu. Sein Vermächtnis in der deutschen Filmwelt wird nicht nur durch seine schauspielerische Brillanz, sondern auch durch seine Menschlichkeit und seine Fähigkeit, die tiefsten Emotionen auf der Leinwand zu vermitteln, dauerhaft in Erinnerung bleiben. Trotz der persönlichen Tragödien und Herausforderungen, die das Leben von Peter Fitz begleiteten, erlangte er in seiner schauspielerischen Karriere große Erfolge und erhielt bedeutende Anerkennung in der deutschen Filmindustrie. Sein Durchbruch in die Brücke vom Jahre 1959 legte den Grundstein für eine beeindruckende Karriere. Die schauspielerische Leistung, die er in diesem Film zeigte, führte zu begeisterten Kritiken und internationaler Aufmerksamkeit. Dieser Erfolg ebnete den Weg für weitere bedeutende Rollen in Film und Fernsehen. Fitz Talent und Vielseitigkeit als Schauspieler zeichneten sich in einer breiten Palette von Rollen aus. Er verkörperte sowohl dramatische als auch komödiantische Charaktere auf beeindruckende Weise. Seine Fähigkeit, sich in die Psyche seiner Figuren einzufühlen und sie glaubhaft darzustellen, wurde von Kritikern und Publikum gleichermaßen geschätzt. Im Laufe seiner Karriere erhielt Peter Fitz zahlreiche Auszeichnungen und Preise für seine schauspielerischen Leistungen. Er wurde mehrfach mit dem Deutschen Filmpreis ausgezeichnet und erhielt auch hohe Ehrungen für sein Lebenswerk. Diese Anerkennungen spiegelten nicht nur seine schauspielerische Exzellenz wider, sondern würdigten auch sein Engagement für die Kunst. Peter Fitz wurde nicht nur für seine schauspielerischen Fähigkeiten geschätzt, sondern auch für seine Hingabe zur Schauspielerei und sein unermüdliches Streben nach Perfektion. Seine Arbeit beeinflusste nicht nur das deutsche Kino, sondern inspirierte auch nachfolgende Generationen von Schauspielern und Schauspielerinnen. Sein Erfolg und seine Anerkennung in der Filmwelt zeugen von seinem außergewöhnlichen Talent und seiner Beharrlichkeit. Peter Fitz wird für immer als einer der herausragenden Schauspieler in der Geschichte des deutschen Films in Erinnerung bleiben. Leider sollte das Glück nicht von Dauer sein. Im Jahre 2013 verstarb Peter Fitz im Alter von 81 Jahren an den Folgen einer schweren Krankheit. Sein Tod war ein großer Verlust für die Welt des Theaters und des Films.